Ich habe vor kurzem eine Diskussion mit Dekadent geführt und da wir meinungsmäßig doch ziemlich weit auseinander liegen, kann ich euch sagen, dass es an einigen Stellen doch ziemlich lustig wurde. Aber erst mal, wie kam es denn bitte schön dazu? Also, es hat damit angefangen, dass Lucy auf ein Talk zwischen Imp und Nathan reagiert hat und als es dann um das Thema Transmenschen und deren biologische Unterschiede zu Cis-Menschen ging, hat sie eine Grafik rausgeholt und erklärt, wo eben die Differenzen liegen. Dekadent fand das Ganze allerdings eher weniger cool. Übrigens, das hier ist das Arschloch. Ne, das ist das Arschloch hier. Hier ist das Arschloch. Du bist ein Arschloch, weil du weißt, dass dein Publikum noch besoffener und dümmer ist als du und dass du mit so einem Scheiß durchkommst. Halt doch einfach dein Maul und lass uns machen! Da ich derartige Angriffe gegen Personen mit wirklich deutlich kleinerer Reichweite gar nicht fühle, habe ich ihn gewollt provokativ darauf in seinem Twitch-Chat angesprochen. Und einige Minuten später hat er mir bereits dieses Angebot gemacht. Möchtest du, ich mach dir einen Vorschlag, weil dir das ja wirklich ein Anliegen zu sein scheint, möchtest du mir kurz, möchtest du mir kurz verbal mitteilen, was jetzt, was jetzt überhaupt der Anlass ist, von dir hier zu markieren? Und obwohl ich mir der Gefahr bewusst war, unvorbereitet in ein Gespräch mit einer Person zu gehen, die sehr gut vorbereitet, sehr tief im Thema drin ist und eine sehr viel größere Reichweite hat, habe ich das Gesprächsangebot angenommen, um ihn einfach mal direkt mit diesen Punkten konfrontieren zu können. Das hat zwar nur so mittelgut funktioniert, aber ich habe ihn mal direkt darauf angesprochen, warum er denn so sauer war. Das hat die Lucy, die biologischen Unterschiede von Trans- und Cis-Menschen aufgezeigt hat. Und dann hat sie über die biologischen Unterschiede der Geschlechtsteile zwischen Trans- und Cis-Frauen aufgeklärt. Genau. Also ich finde die unnötig, die Aussage. Weil, welche, mir geht es ja immer darum, welche, welche Schlüsse ziehen wir da raus? Und jetzt frage ich ja ganz bewusst, welche Schlüsse ziehen wir denn da raus, äh, aus der Aussage, biologisch gibt es zwei Geschlechter. Was sind die Schlüsse, die daraus gezogen werden sollen? Hm, es ist nur ein Fakt, der genannt wird. Naja, aber du nennst ja keinen Fakt ohne eine Absicht. Das ist ja schon unterschiedlich, wenn Leute über Trans-Rechte debattieren. Und wenn dann die Person, die sich für die Rechte von Trans-Menschen ausspricht, unterbrochen wird mit einem Biologie-6. Klasse-Vortrag über die beiden Geschlechter. Diese Antwort finde ich tatsächlich nur so halb zufriedenstellend. Aber bevor wir weitermachen, schaut euch unbedingt das ganze Gespräch an, denn ich bin eine der involvierten Personen und kann somit das Ganze nicht neutral bewerten. Aber warum finde ich denn seine Erklärung so schwach? Also, es gibt Safe-Trans-Feinde, die die biologischen Unterschiede dafür benutzen, um Trans-Menschen zu diskreditieren, diese auszuschließen oder zu schämen. Gibt es. Safe. Keine Frage drum. Aber nur weil diese Leute dieses Thema für sich ausnutzen, um ihre Ideologie durchzudrücken, heißt das doch nicht, dass Lucy die gleichen Absichten hatte. Also, nur weil es Idioten gibt, die das für ihre Ideologie ausnutzen, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr neutral über das Thema sprechen darf, so wie es Lucy getan hat. Und demnach rechtfertigt das auch nicht die unfassbar harten Angriffe von Dekadent gegen Lucy. Und davon sind wir dann relativ schnell zu dem Thema Trans-Frauen im Frauensport abgedriftet. Und dazu sagt er das hier. Hör mal, das Sportthema ist ja ein vorgeschobenes Thema, weil es den Diskurs verschiebt. Weißt du warum? Soll ich dir das erklären? Ja. Also bist du interessiert, dann mach ich's. Ansonsten können wir auch rumkecken. Ich bin immer interessiert. Okay, cool. Also, das kommt ja auch straight up einfach aus transfeindlichen Regionen in Amerika. Da hat das den Ursprung mit dem Profisport. Und es verschiebt den Diskurs, weil es die Behauptung aufstellt, dass Trans-Menschen nur deshalb, das sagen die, nur deshalb trans sind, um im Profisport zu dominieren. Und die Frage, warum wir über Themen wie Trans-Frauen im Frauensport sprechen sollten, ist aus meiner Sicht tatsächlich relativ einfach zu beantworten. Denn so gesellschaftliche Sachen wie richtige Namen, richtige Pronomen oder auch richtige Toiletten sollten meiner Meinung nach für Trans-Menschen Konsens sein. Also, wir alle sollten davon ausgehen, dass wir Trans-Menschen einfach mit ihrem korrekten Namen und Pronomen ansprechen. Und das Gefahrenpotenzial von Trans-Frauen auf Frauentoiletten halte ich doch auch für recht gering. Aber bedeutet nicht eigentlich gerade das, dass die Themen, die schwierig zu beantworten sind, die Themen sind, über die wir sprechen sollten, beziehungsweise über die man diskutieren muss? Weil wenn das andere doch eh selbstverständlich sein sollte, warum müssen wir dann darüber sprechen? Also, da reicht es doch eigentlich zu sagen, ja natürlich ist das so. Und bei anderen Sachen, die eben viel schwieriger zu beantworten sind, sollte man eine Diskussion suchen, darüber sprechen und Lösungen finden. Und das hat absolut nichts damit zu tun, dass man diese Menschen diskreditieren möchte. Irgendwann sind wir dann weiter zum Thema N-Wort gegangen und Karl hat dazu die Meinung, dass man als weiße Person das N-Wort niemals unter keinem Umstand benutzen darf, auch nicht als Zitat oder so. Und als schwarze Person darf man es in manchen Fällen verwenden, beziehungsweise man darf es vielleicht verwenden, er ist sich da nicht ganz sicher. Und so logisch das erstmal klingen mag, habe ich hier direkt erstmal die Frage gestellt, wie es denn aussieht, wenn einer deiner Elternteile weiß und der andere schwarz ist. Karl hat darauf das geantwortet. So, okay, ein Opa von mir ist schwarz, die anderen sind alle weiß. Bin ich dann schwarz genug, um BPOC zu sein oder noch weiß? Ich bin wirklich verwirrt. Also ich versuche herauszufinden, welchen Punkt du damit machen möchtest. Einfach, dass es nicht so einfach ist, wie du es dir vorstellst, zu sagen, dass eine Person weiß oder People of Color ist. Es ist relativ einfach. Also ich sehe jetzt kein großes Problem darin, den Weißen von einem POC zu unterscheiden. Das war tatsächlich ziemlich lustig, weil wir hier eine ganze Weile aneinander vorbeigeredet haben, weil ich eben von ihm wissen wollte, wie viel POC, beziehungsweise schwarz man sein muss, um nach seinem Weltbild das N-Wort benutzen zu dürfen. Und er hat das Ganze eben anders gesehen, beziehungsweise verwendet POC nicht für die Hautfarbe, sondern eher als ein Konzept der sozialen Marginalisierung, soweit ich das verstanden habe. Und das ist laut seinem Weltbild anscheinend binär, was für mich immer noch keinen Sinn ergibt, denn es könnte ja auch Personen geben, die beispielsweise von der Hälfte der Gesellschaft als schwarz wahrgenommen werden und deswegen diskriminiert werden und von der anderen Hälfte der Gesellschaft als weiß wahrgenommen werden und demnach nicht diskriminiert werden. Also sind diese Leute dann noch marginalisiert, beziehungsweise diskriminiert genug, um das N-Wort manchmal verwenden zu dürfen, laut Karl oder eben nicht. Also ist immer noch eine ungeklärte Frage, wie ich finde. Allerdings war ich bei manchen Sachen auch positiv überrascht. Beispielsweise habe ich angesprochen, dass ich der Meinung bin, dass Gendern in den Öffentlich-Rechtlichen nichts bringt und höchstens dazu führt, dass Rechte die Öffentlich-Rechtlichen nur noch weiter ablehnen und davon ausgehen, dass man die überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann, weil die ja gendern. Und ich das für gefährlich halte, weil das eben zu einer Gegenbewegung führt. Karl sagt daraufhin das hier. Ich erkläre dir warum. Ich glaube, dass das dazu führt, dass Leute, die eben rechts stehen, wie beispielsweise AfD-Weder, komplett das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen verlieren, weil die sagen, ja guck mal, die gendern sogar Super-Wokis. Dem brauchen wir gar nichts mehr glauben. Finde ich einen guten Punkt. Finde ich einen guten Punkt tatsächlich. Ich finde, wir aufgrund der unglaublichen Reaktanz der Konservativen und Rechten, die sich bis weit in die bürgerliche Mitte gezogen hat, sollten wir, was das Gendern angeht, einen Gang zurückschalten. Und das hätte ich wirklich nicht von ihm erwartet. Wir haben da noch über ganz, ganz viele andere Themen gesprochen und irgendwann sind wir bei dem Thema gelandet, dass ich sage, dass ich in meinem Freundeskreis beziehungsweise in meinem Umfeld nur männliche und weibliche Pronomen verwenden möchte. Und dazu hat Karl dann das hier gesagt. Ich glaube, ich einfach wäre schade für dich, wenn du grundsätzlich alle Menschen mit nicht-heteronormativen Pronomen... Also ich hatte die Situation jetzt noch nie. Ja, also warum machst du denn Gedanken darüber? Warte, 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 warte. Wo genau sind denn Pronomen heteronormativ? Weißt du, was Heteronormativität bedeutet? Heteronormativität meint, dass die Gesellschaft oft davon ausgeht, dass Heterosexualität die normale oder vorherrschende sexuelle Orientierung ist. Kurz gesagt, die Annahme, dass alle automatisch heterosexuell sind, es aber andere Orientierungen nicht gibt oder sie als abweichend betrachtet werden. Verständlich? Und das hat nun wirklich nichts damit zu tun, dass ich sage, dass ich nur männliche und weibliche Pronomen verwenden möchte. Man könnte vielleicht argumentieren, dass das auf ein binäres Weltbild zurückzuführen ist, also dass ich behaupten würde, dass es nur Männer und Frauen gibt. Aber ich glaube, dass Karl selber aufgefallen ist, dass er sich hier vertan hat, denn als ich ihn darauf angesprochen habe, dass er hier eben was gesagt hat, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, kam diese Reaktion hier. Weißt du, was Heteronormativität bedeutet? Erklär es mir in dem Kontext. Er, sie. Heteronormativ. Warte mal, warum ist das Heteronormativ? Ist ja auch scheißegal, Alter. Hä, das wäre doch einfach nur binär. Das hat doch nichts mit Heteronormativ zu tun. Sorry, aber Heteronormativ bedeutet doch einfach nur, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau normal ist oder normal gesehen wird und alle anderen Beziehungsformen oder Formen halt nicht, oder? Das hat doch nichts mit binär zu tun, oder? Das ist Heteronormativ? Es spielt auch absolut keine Rolle. Ich weiß, was ist, ich habe einfach, ist ja auch egal. Darum geht es ja auch gar nicht. Was ich damit, eigentlich, was ich nur sagen wollte ist, tut mir wirklich leid, dass ich diesen Klippi reinschneiden musste, obwohl zugeben, es tut mir gar nicht leid. Aber Karl wollte mich dann auch noch davon überzeugen, dass ich sogenannte Neopronomen, also alles, was nicht er und sie ist, akzeptieren sollte bzw. muss. Kann mir mal jemanden, der andere Pronomen verwendet und kurz in den Discord kommen möchte? Kommt mal bitte einer kurz mit anderen Pronomen in den Discord. Wir machen, wir, kommt mal einer hier rein. Alle, die andere Pronomen verwenden, einfach mal bitte in den Change My Mind Channel. Und ab diesem Punkt wurde das Gespräch leider echt ein bisschen anstrengend, da immer alle durcheinander geredet haben, mir mehrere Sachen gleichzeitig vorgeworfen haben und ich kaum Zeit hatte, auf die einzelnen Sachen zu antworten. Aber war das denn überhaupt so notwendig? Eigentlich war alles, was ich sagen wollte, auch wenn das im Gespräch zugegebenermaßen nicht so gut rüberkam, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn eine Person, mit der ich viel sprechen soll, also mit der ich zum Beispiel befreundet sein möchte, mir erzählt, welche Pronomen sie bevorzugt. Und zwar männlich oder weiblich. Denn ich weiß jetzt schon, dass ich alles andere nicht wirklich hinbekommen werde und es einfach super anstrengend zum Sprechen ist. An sich ist das auch wirklich selten ein Problem, da die allermeisten Menschen sich mit einem der beiden Pronomen wohlfühlen und dementsprechend gibt es da selten Komplikationen, wie es auch bestätigt wird durch die Leute, die hier in den Voice reingekommen sind. Also ich wüsste jetzt schon an sich nicht, wie ich dich dann ansprechen soll. Du kannst mich ehrlich gesagt mit jedem Pronomen ansprechen, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Und mit solchen Leuten gibt es doch dann gar kein Problem. Ihn hätte ich jetzt instinktiv mit einem männlichen Pronomen angesprochen und das ist doch dann absolut okay, ihm ist es egal und ich kann ganz bequem sprechen. Karl ist auch selber aufgefallen, dass das dafür nicht das richtige Beispiel ist und hat dann nochmal jemand anderen reingeholt, der keine herkömmlichen Pronomen für sich akzeptiert. Und wie wir in diesem Clip sehen, funktioniert das Ganze wirklich auch super gut. Wie möchtest du angesprochen werden? Ähm, einfach mit meinem Namen, Ryan. Okay, okay, Hugo, wie tickt ihr denn anders jetzt? Ich wüsste eher. Ja, lol, du hast gerade selber eher gesagt. Also ihr seid gerade in einem Voice mit jemandem, dem ihr erklären wollt, warum Neopronomen super wichtig sind und schafft es, nach allem, was ich gehört habe, nicht einmal solch ein Neopronomen zu verwenden. Also, natürlich kann man sagen, dass Probieren besser ist als nicht probieren. Und vielleicht ist meine Einstellung da auch ein bisschen zu faul. Aber trotzdem zeigt es, dass es anscheinend doch nicht so einfach ist und so gut funktioniert. Gegen Ende hat er auch nochmal versucht, einen positiven Abschluss des Gesprächs zu finden. Du bist echt stabil für 16. Du beschäftigst dich mit Themen, die der Zeit wahrscheinlich auch angemessen sehr viel komplizierter sind als die Themen, mit denen ich mich in deinem Alter beschäftigen musste. Und das ist alles überfordern, das kann ich echt verstehen. Aber du bist in Teilen echt auf dem Irrweg unterwegs und versuchst eine falsche Herangehensweise. Orientier dich an dem, was wichtig ist und nicht an irgendwelchen extremen Beispielen, die du mal auf TikTok gesehen hast. Mir ist klar, dass er mich damit auf seine Seite ziehen wollte, aber an sich kann man ihm das auch nicht wirklich übel nehmen, weil nach seinem Weltbild ist ja das, was er sagt, richtig. Und dann ist es ja auch okay, andere Leute davon überzeugen zu wollen beziehungsweise sie zu sich holen zu wollen. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass man andauernd davon ausgeht, dass ich einfach schlecht informiert bin, noch zu jung bin, keine Ahnung von den Sachen habe. Und auch der Titel dieser Diskussion auf YouTube ging meiner Meinung nach für eine konstruktive Diskussion gar nicht. Ich habe dann noch zu ihm gesagt, dass er schauen soll, dass er auch einen Ausgleich vom Internet findet, da ich der Meinung bin, dass wenn man sich zu tief ins Internet eingräbt, sich den ganzen Tag nur mit solchen Themen beschäftigt, man irgendwann verrückt wird und ich das Gefühl habe, dass das bei ihm teilweise passiert sein könnte. Und ich habe ihm auch noch gesagt, dass er mit seiner Reichweitenverantwortung bitte aufpassen soll, denn das, was er mit Lucy gemacht hat, war ihr gegenüber absolut nicht fair, da sie ja dementsprechend auch einiges an Hass abbekommen hat. Um ganz kurz an der Stelle nochmal eine kleine Sache zu Hardie Lucy zu debunken. Es gibt diesen Ausschnitt hier, wie sie angeblich sagen soll, dass Transmenschen sich das Transsein selber ausgesucht hätten. Und nein, nicht-binär sein ist auch keine Entscheidung. Genauso wenig, wie es eine Entscheidung ist, Mann oder Frau zu sein. Und ganz ehrlich, wer sucht es sich aus, so diskriminiert zu werden in unserer Gesellschaft? Ihr, ihr, ihr sucht es euch so aus. Ihr sucht euch das aus, weil ihr euch dazu bewusst entscheidet. Das ist eine bewusste Entscheidung. Oder von mir aus habt ihr irgendwo vielleicht auch einen Knacks weg. Ich weiß es nicht. Und so hart das klingen mag, ich glaube nicht, dass sie hiermit meinte, dass man sich das Transsein ausgesucht hätte. Denn sie bezieht sich hier auf die Aussage von Finesse, dass Transmenschen Hass abbekommen. Und ob man jetzt sagen muss, dass Transmenschen selber für den Hass, den sie abbekommen, verantwortlich sind, ich weiß ja nicht. Also, es gibt sicherlich welche, die auch teils selber daran schuld sind. Ich würde die Aussage so auch nicht treffen. Aber trotzdem müssen wir hier differenzieren. Es ist ganz klar eine andere Aussage. Also, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und schaut bei Lucy vorbei. Ist nach allem, was ich gesehen habe, eine super sympathische Streamerin. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.